Der Wohnungsbautag ist einer von diesen wichtigen Terminen in diesem Jahr, wo wir uns gemeinsam darum kümmern wollen, dass wir mehr und guten und bezahlbaren Wohnraum in Deutschland haben. Es geht darum, die Kostentreiber zu identifizieren und dann zurückzuführen und festzustellen, was denn möglicherweise doch verzichtbar ist. Der Wohnungsbautag in diesem Jahr am 23. April hier in Berlin ist der bundesweite Branchengipfel und alle, die damit zu tun haben, die sollten einfach kommen.